Was ist ein Gegengeschäft? Nun, normalerweise sagt man Ware gegen Geld. Hier lautet die Konstellation Ware gegen Ware. Also nicht Geld, sondern Ware. Ware gegen Ware. Man nennt das Ganze auch Kompensationshandel oder auf Neudeutsch Bartering. Alles das Gleiche. Ware gegen Ware. Hier bei diesem Ware gegen Ware gibt es wieder sehr, sehr viele Unterpunkte, sehr, sehr viele unterschiedliche Konstellationen. Man nennt es Kompensationshandel oder Bartering. Wollen Sie lernen ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Der führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Alles Gute, Marius Ebert.